Ja, ich freue mich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher. Ich freue mich hier auf der Bühne des wunderbaren Ernst-Deutsch-Theaters einen kleinen Ausschnitt lesen zu dürfen aus meinem Buch Mayer-Burckerts Frauengeschichten. Das hat eine Geschichte und zwar, die will ich Ihnen nicht vorenthalten. Als meine ersten drei Romane veröffentlicht waren, kam ein Verlag auf mich zu und sagte, schreib doch mal ein Sachbuch. Und da habe ich gedacht, ja, also das würde ich gerne tun. Mir fiel nur gar nicht ein, was ich hätte schreiben können. Und dann war der Verlag ein bisschen traurig und sagte, ja, aber Sie haben doch diese Radiosendung auf NDR Info, Mayer-Burckerts Frauengeschichten, wo ich an jedem ersten Freitag, jeden ersten Sonntag des Monats eine Frau porträtiere, von Senta Berger bis Helene Fischer und von einer Gehirnforscherin, einer Professorin bis hin zu Elke Heidenreich und so weiter. Das mache ich, Sie haben so an die 70 Gäste gehabt. Und dann sagte der Verlag, Mensch, dann lass uns doch mal die zehn Gespräche, die wir alle am besten finden, veröffentlichen in einem Buch. Und das Buch liegt jetzt vor, mit dem bin ich auch noch eine ganze Weile auf Lesereise. Also da ist drin Doris Dörrie, Veronika Ferres, Elke Heidenreich, Ina Müller, Erika Pluha, Barbara Schöneberger, Christine Westermann. Also das ist ein ganz hübsches Buch mit Gesprächen. Und aus dem möchte ich ein bisschen vorlesen. Ich habe, damit es auch eine kurzweilige Lesung wird, habe ich in meinem Programm immer jüdische Witze. Warum liebe ich den jüdischen Witz so? Ich mag gute Witze sowieso sehr, sehr gern. Fangen wir mit dem englischen Witz an. Das Charakter des englischen Witzes ist, dass er immer auf die eigenen Kosten geht. Das ist in Deutschland vielleicht noch Luft nach oben. Wenn Sie in England eine wirklich gute Rede halten wollen, fangen Sie immer mit einem Witz an. Und der Witz geht auf Ihre Kosten. Der jüdische Witz ist mir deshalb so nah, weil er über die Jahrhunderte, es ist eine Kultur. Und über die Jahrhunderte ist er weiterentwickelt worden. Und zwar im Angesicht der Tragödie. Und wem das gelingt, das gelingt eben den Juden, das hat meinen tiefsten Respekt. Also wir werden ein, zwei jüdische Witze hören und wir werden auch ein, zwei Gedichte hören. Da müssen Sie ganz tapfer sein. Aber zunächst das Vorwort, das ich schrieb, zu meinem Buch Mayer-Burghards Frauengeschichten. Annelie Keil, Soziologin, Mitbegründerin der Universität Bremen, früher Kämpferin für den Kommunismus, heute Kämpferin gegen den Krebs, gegen ihren Krebs, war ganz zu Beginn Gast in meiner Radiosendung Mayer-Burghards Frauengeschichten. Eine Frau, der kein Schicksalsschlag erspart blieb und die dennoch oder deshalb die Lebensfreude in Person ist. Ihr Credo, das Leben muss nicht halten, was ich mir von ihm versprochen habe. Das ist übrigens ein Satz, den ich wahnsinnig mag. Das Leben muss nicht halten, was ich mir von ihm versprochen habe. Das Leben sei eben eine ungesicherte Unfallstelle und für eine glückliche Kindheit sei es nie zu spät. Und genau das, was Annelie Keil formuliert, hat mich schon immer an Frauen interessiert. Dass eine Liebeserklärung an das Leben den Kampf gegen Trübsinn und Selbstmitleid einschließt. Als kleiner Junge hatte ich einen prügelnden und meist alkoholisierten Vater zu vergeben, hat mich das Leben je gefragt, ob ich den wollte. Nein, genauso wie Annelie Keil nicht gefragt wurde, ob sie es erstrebenswert fand, in Hitlers Reich hineingeboren zu werden. Sicher nicht. Glücklich sein ist eine Entscheidung, pflegte meine Mutter zu sagen. Und sie übernahm in diesem Geist gemeinsam mit meiner Großmutter den Haushalt, nachdem ich im Alter von etwa zwölf Jahren meinen Vater aus dem Haus geworfen hatte. Meine Großmutter, die sich als hohe Priesterin der Unvernunft verstand, lebte nach der Devise, wir rechnen mit dem Schlimmsten und wir hoffen auf das Beste. Zwei Weltkriege hatte sie überlebt, alles verloren, nur ihr Leben nicht. Und das sei aus ihrer Sicht doch recht erfreulich. Meine frühen Freundinnen, da war ich ungefähr 15, 16 Jahre alt, meine frühen Freundinnen lud sie regelmäßig in eine Weinstube ein. Wenn sie nicht trinkfest waren, dann erhielt ich am nächsten Tag einen Anruf, mein Junge, die kannst du vergessen, die verträgt ja nichts. Sie war Berlinerin. Und das hat mich interessiert, als ich Meier Burkhards Frauengeschichten erfunden habe. Frauen zu porträtieren, die etwas vertragen, die das Leben abkönnen, die sich dem Leben stellen, die mutig sind und unvernünftig und die sich für ihre Lebenszeit verantwortlich fühlen und zunächst einmal für nichts anderes. Das Plankton des Lebens erspürst du nur, wenn deine Sinnesorgane offen sind. Und es war Truman Capote, ja, ein Mann, es war Truman Capote, der sagte, die Wahrheit ist zu interessant, um sie zu ignorieren. Ob Doris Dörrje oder Barbara Schöneberger, ob Ina Müller oder ob Elke Heidenreich, sie alle betrachten ihr Leben als Naturschutzgebiet. Frauen kommunizieren über Beziehungen, Männer über Status, sagt die Psychologin Eva Vlodarek, die ebenfalls Gast bei mir war. Als Gastgeber einer Talkshow habe ich schon lange den Eindruck, dass Frauen im Alter eher anarchisch werden, Männer eher bedeutungsschwanger. Was bleibt, meine Damen und Herren, was bleibt von der Person ohne die Funktion? Eine Frage, der sich Frauen mit Vergnügen und Männer mit Sorge stellen. Frauen brechen auf, wenn das Leben eine Verabredung nicht einhält, Männer gelegentlich ein. Hätte Mutter Erde ein Weltkulturerbe zu vergeben, dann wären es die Frauen, wären die Männer häufig, nicht alle, aber wären die Männer häufig nichts anderes tun, als einer Bonsai-Existenz hinterherzulaufen, um dann am Lebensende die Niederlagen zu bejammern, sehen Frauen zu, dass stattdessen die Versäumnisse nicht überhand nehmen. Es gibt nämlich keinen Grund, dass der Schuster bei seinen Leisten zu bleiben hat. Und es missfällt nur denen, dass der Esel, wenn es ihm gut geht, der Protestant würde sagen zu gut geht, aufs Eis geht, die Angst haben, das heimische Sofa zu verlassen, weil draußen bisweilen ein kalter Wind übers Eis pfeift. Über meinen Frauengeschichten steht ein Satz wie eine Überschrift, fast wie ein Dogma. Der Satz stammt von Barbara Schöneberger, beiläufig geäußert, aber man kann ihm nicht entgehen. Ich empfehle zu leben. Ich empfehle zu leben. Meine Frauen werden nicht in Würde alt, sie bleiben in Würde jung. Und Petula Clark, Sie mögen sich erinnern, die große Popsängerin der 60er Jahre aus England, Petula Clark sagte kürzlich in einem Interview mit der BBC, ich bin total offen für das, was noch kommt, unter einer Bedingung, es muss Spaß machen. Das Leben als Labor, als ein ständiger Versuch, es gibt keine Generalprobe, die Vorstellung läuft bereits. Und gibt es ein besseres Lebensziel, als das von Maike Winnemuth, der Sternjournalistin, die gesagt hat, ich möchte eines Tages eine glückliche Leiche sein. Freuen Sie sich also auf Geschichten vom Leben. Hier, Hubertus Mayer-Burkhardt. Und ich möchte Ihnen aus zwei Gesprächen etwas vorlesen. Das erste ist ein Gespräch mit Ina Müller. Und ich möchte Ihnen auch sagen, ich habe vor jedes Gespräch so ein kleines Kapitel gesetzt, wo ich ein bisschen erkläre, warum ich den Gast eingeladen habe, wie das Gespräch so war. Und damit Sie das Gefühl haben, Sie waren ein bisschen im Hörfunkstudio dabei. Und ich will Ihnen am Beispiel von Ina Müller das vorlesen, weil es eben auch einen Bezug, wie Sie gleich merken werden, zum Ernst-Deutsch-Theater, dieser wunderbaren Bühne in Hamburg hat. Mit Ina Müller, Barbara Schöneberger und der Opernsängerin Annette Dasch hat ein neuer Entertainerin-Typus die Bühne betreten. Unprätentiös, klug, schlagfertig, humorvoll und mitunter provokativ. Gäbe es eine weibliche Antwort aus Deutschland auf Bette Midler, Ina Müller. Durch und durch Musikerin, dem Moment verpflichtet und nichts anderem mit einer Bühnenpräsenz versehen, die einem den Atem nimmt. Wir haben vor einigen Jahren drei Shows auf dieser Bühne im Hamburger Ernst-Deutsch-Theater gespielt. Frau Müller und Herr Mayer wissen auch nicht, was passiert. Das war der Titel. Impro-Shows, die nach der regulären Abendvorstellung gegen 22 Uhr begannen und eine Stunde dauerten. Im Eintrittspreis war ein Glas Weißwein inbegriffen. Wir verteilten von der Bühne aus Flaschenbier für die Fans in den ersten Sitzreihen. Mir bleibt an diesen Abenden eines unvergesslich. Inas Fans wirken wie ihre erweiterte Familie. Die Menschen beten sie nicht an, sie lieben sie. Sie feiern mit ihr das Leben. Und Ina ist in gewisser Weise auch für sie da, als Schwester, Mutter, Freundin und natürlich auch als erotische Projektionsfläche. Keith Richards bedauerte einmal öffentlich, dass sein Leben nicht eine einzige Stones-Tournee gewesen ist. Das hätte ihm wohl viel Ärger und vor allen Dingen Trübsinn erspart. Ina mag es ähnlich gehen. Bloß nicht zu viel Alltag. Möglichst kein bürgerlicher Lebensentwurf oder das, was sie dafür hält. Dann aber treffe ich sie zufällig mal am Wochenende auf dem Flohmarkt in Hamburg-Saint-Georg, wo sie ein umfangreiches Besteckservice für sich gefunden hatte und für mich nicht wirklich nachvollziehbar sehr glücklich wirkte. Wir haben unser Gespräch für die Frauengeschichten in einer kleinen Halle in Lüneburg vor Publikum aufgezeichnet. Der Abend war ausverkauft, bevor er plakatiert war. Wie häufig sprach sie gern und ausführlich über Sex. Aus der Position der Stärkeren, immer darauf lauernd, wie das Gegenüber reagiert, ob er verbal mithalten kann und wenn man gegebenenfalls aus Geschmacksgründen aussteigt. Das ist ihr dann am liebsten. Dann hat sie die Bühne für sich allein und dann ist sie unschlagbar. Die Beste. Und die Ina hat etwas gemacht in meinem Gespräch mit ihr, in unserem Gespräch, was ich sehr schön finde. Sie alle kennen es doch auch, wir alle haben Schwächen. Und es gibt so Schwächen, skurrile Schwächen, die wir bestenfalls unserer Ehefrau, Ehemann, Freund, Freundin, wenn überhaupt jemanden mitteilen. Das ist uns auch manchmal ein bisschen peinlich. Sowas hat doch, glaube ich, jeder. Zumindest jeder, der ein erfülltes Leben führt, hat diese kleinen, skurrilen Schwächen. Und Ina hat in diesem Gespräch in Lüneburg, wie ich finde, auf sehr humorvolle Weise über eine Schwäche berichtet, die sie hat. Sie müssen sich jetzt vorstellen, ich bin Ina Müller. Also wir müssen ein bisschen mitarbeiten. Nein, das mochte ich wirklich nicht, sagte Ina. Das hört sich nach Geiz an, dieses Nicht-Teilen-Wollen. Aber wenn du eine Tafel Schokolade durch fünf teilst, das ist schon echt wenig für jeden Einzelnen übrig. Man muss wissen, Ina ist mit vier Geschwistern aufgewachsen, auf dem Land. Ihre Eltern waren Landwirte und das Geld floss nicht so üppig. Und es gab ab und zu eine Tante, die mit Schokolade kam und die diese Kinder besuchte. Und wenn sie, diese Tante, kam, sagt Ina weiter, gab sie auch für alle zusammen fünf Mark. Also für jedes Kind eine Mark. Doch es war anstrengend, dieses Fünf-Mark-Stück überhaupt erst mal klein zu kriegen. Und deswegen, sagt Ina Müller weiter, bin ich heute noch nicht in der Lage, und das finde ich so witzig, wirklich gut teilen zu können. Wenn zum Beispiel meine Freundinnen und mit denen ich gerne essen gehe, sagen, wir bestellen jetzt einen Gemüseteller für alle. Ich kann das nicht. Ich muss meine Portion zugewiesen bekommen und ich möchte das auch nicht. Das tut mir so leid und andere denken schnell, ich bin nicht ganz dicht, aber dieses Verhalten ist natürlich tief, tief verwurzelt in meinem Inneren. Wenn wir eine große Gemüseschüssel vor uns stehen haben, dann kann ich mich auf nichts mehr konzentrieren, außer auf schnelles Essen, damit ich von diesem Gemüse das meiste bekomme. Oder gestern zum Beispiel im Zug, also im ICE. Meine Freundin, sagt Ina Müller weiter, meine Freundin und ich bestellten uns, weil es nach 19 Uhr war, zwei kleine Flaschen Reißwein. Und meine Freundin sagte, komm, ich mache erst mal meine auf und dann trinken wir deine. Und ich merkte in mir ein klares Nein. Nein. Jeder hat seine Portion. Dann weiß ich, ich muss mir jetzt nicht den Wein reinschütten, weil ich angst habe, sie trinkt mehr als ich. Nein. Ich bin doch die einzige Frau auf der Welt, die es hasst, wenn der Freund ihr auf den Teller glotzt, in der Hoffnung, dass etwas übrig bleibt. Ich lasse nie etwas übrig. Ich esse immer alles auf. Und dazu passt ein sehr schönes Gedicht. Ich hatte Ihnen ja erzählt, Ihr jüdischer Witz. Und der Gedicht ist sozusagen integriert in dieses Programm Meier-Burckerts Frauengeschichten, weil es eben auch mit der verknappten Verfügbarkeit spielt. Und das Buch ist von Kurt Tucholsky, für die jüngeren Zuschauer, ein deutscher Dichter. Man kann ja nichts mehr voraussetzen. Viele glauben, es wäre ein polnisches Restaurant. Warst du schon im Tucholsky? Nein. Es ist ein Kurt Tucholsky und das Gedicht heißt das Ideal und spielt mit der Verknappung. Ja, das möchtest du. Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße, mit schöner Aussicht ländlich mondän, vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen und abends zum Kino hast du es nicht weit. Das Ganze schlicht voller Bescheidenheit. Neun Zimmer, nein, doch lieber zehn. Ein Dachgarten, wo die Eichen draufstehen, Radio, Zentralheizung, Vakuum, eine Dienerschaft, gut erzogen und stumm. Jetzt kommt die Lieblingsstelle von Elke Heidenreich. Eine süße Frau voller Rasse und Werf und eine zum Wochenend zur Reserve, eine Bibliothek und drumherum Einsamkeit und Hummel gesungen. Im Stall zwei Ponys, vier Vollbluthengste, acht Autos, Motorrad, alles Längste, natürlich selber, das wäre doch gelacht und zwischendurch gehst du auf Hochwildjagd. Das habe ich ganz vergessen. Prima Küche, erstes Essen, alte Weine aus schönem Pokal und egal weg, bleibst du dünn wie ein Aal und Geld und Schmuck, richtige Portion und noch eine Million und noch eine Million und Reisen und fröhliche Lebensbuntheit und famose Kinder und ewige Gesundheit. Ja, das möchtest du. Aber wie das so ist, Hiniden, manchmal scheint es so, als sei es beschieden, nur peu à peu, das irdische Glück, immer fehlt dir irgendein Stück. Hast du Geld, dann hast du nicht Käthe, hast du die Frau, dann fehlt die Monete. Hast du die Gescha, dann stört dich der Fächer, bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher. Etwas ist immer, tröste dich, jedes Glück hat einen kleinen Stich. Wir möchten so viel haben, sein und gelten, dass einer alles hat. Das ist selten. Und zu diesem, ein sehr schönes Gedicht finde ich von Tucholsky, und wenn Sie Lust haben, lesen Sie mal wieder Tucholsky, weil es einer der großen Dichter und Autoren unserer deutschen Literatur. Und dazu passt auch ein wunderbarer jüdischer Witz, der zur Verknappung wiederum, und zwar, der Kaiser von Japan sucht einen neuen Samurai. Und da er mit dem Geld sehr sparsam umgeht, gibt er auch nur das Geld für einen Samurai aus und nicht für viele, weil sein Haushalt ist auch ein bisschen angestrengt und er macht einen Ausruf. Er sagt, im ganzen Land und es melden sich Tausende, Tausende wollen der neue Samurai vom japanischen Kaiser sein und am Ende bleiben drei Kandidaten übrig aus diesen Tausenden, nämlich ein chinesischer Kandidat, ein japanischer Kandidat und ein jüdischer Kandidat. Und der Kaiser sagt, also meine Herren, es ist natürlich eine große Ehre für Sie, dass Sie sich aus den Tausenden bereits schon durchgesetzt haben. Das ist ja enorm. Ich kann aber leider nur einen von Ihnen nehmen und Sie müssten jetzt sozusagen in einen Wettstreit gehen. Es tut mir sehr leid, es ist mir auch sehr peinlich, aber anders können wir das Problem nicht lösen. Die drei Herren gucken sich an und sind einverstanden und sagen, okay, also dann ist es so. Zunächst tritt der chinesische Kandidat nach vorne, er hat ein kleines Kästchen dabei und er hat ein Schwert dabei. Er öffnet das Kästchen und eine Fliege fliegt raus. Und in dem Moment geht sein Schwert mit atemberaubender Geschwindigkeit durch die Luft und die Fliege fällt in zwei Teilen genau in der Mitte geteilt tot zu Boden. Der Kaiser ist fasziniert und sagt, es ist eine sehr, sehr große Leistung, aber Sie wissen, lieber chinesischer Kandidat, wir haben noch zwei weitere Wettbewerber. Der Japaner tritt nach vorne, er hat eine kleine Kiste dabei, er hat ein Schwert dabei, er öffnet die Kiste, eine Fliege fliegt raus. Sein Schwert geht mit atemberaubender Geschwindigkeit zweimal durch die Luft und die Fliege fällt in vier Teilen geteilt tot zu Boden. Der Kaiser ist außer sich vor Begeisterung und sagt, ich weiß nicht, wie das unser jüdischer Freund noch toppen will, aber es ist eine Frage der Fairness, also er tritt nach vorne. Der jüdische Freund tritt nach vorne, er hat, das wird sich nicht wundern, meine Damen und Herren, eine kleine Kiste dabei und ein Schwert. Er öffnet die Kiste, die Fliege fliegt raus. Sein Schwert geht mit solcher Präzision durch die Luft, dass man das Schwert gar nicht mehr sehen kann. Also es ist eine übrige Geschwindigkeit. Die Fliege fliegt weiter. Der Kaiser ist enttäuscht, sagt, der fliegt ja noch, sagt der Jude, ja, aber beschnitten. Das ist ein Witz, den ich sehr mag aus der jüdischen Witzkultur. Man kann ruhig sagen Witzkultur und da wir noch zehn Minuten Zeit haben, streifen wir noch mal kurz ein Gespräch mit meiner Freundin Elke Heidenreich. Und zwar, wir haben in diesem Gespräch über das Älterwerden gesprochen und über den Kampf gegen das Älterwerden. Ich will Ihnen auch kurz vorne vorlesen, was ich, der Einleitungstext, den ich geschrieben habe, zu ihr. Sie ist wie keine, Elke Heidenreich, verletzlich, verletzend, aggressiv und doch schutzlos sich dem Leben aussetzend. Sie kämpft auch da, wo sie vermutlich verliert. Sie gesteht Fehler ein, aber das doch so selbstbewusst, als sei es ein Erfolg. So wie Anwälte eben sind, mitunter beinhart. Und sie ist eben der einzige Anwalt, den die Literatur noch hat, seit dem Tode von Helmut Karasek und Marcel Reich-Ranitzki. Wir haben seit ein paar Jahren ein Spiel. Wir schicken uns gegenseitig Buchstaben. In jeder Form. Weingummis, Nudeln, Kekse, aber auch anspruchsvolleres, ein Hundehalsband für ihren Mops mit dem ABC versehen oder aufwendige Grafikbücher, die mit Buchstaben spielen. Das Ritual ist lustig und inspirierend und mitunter auch erschöpfend. Schließlich will jeder den anderen übertrumpfen mit seinem Einfallsreichtum. Begonnen hat dieses Spiel mit einer Anekdote. In ihrer Kindheit musste Elke Heidenreich der harten, vom Leben geprüften Mutter etwas entgegensetzen. Dies gelang ihr mit den Buchstaben in der gleichnamigen Nudelsuppe. Für Elke eröffnete sich durch die Buchstaben eine Welt, ein Kosmos. Sie hat sich diesen Kosmos zum Vergnügen ihrer Leser über die Jahrzehnte erobert. Und sie verteidigt ihn. Besucher ihrer Welt tun gut daran, zu keinem Zeitpunkt zu vergessen, wer die Hausherren ist. Mit ihr ein Gespräch zu führen, mit oder ohne Mikrofon, vor oder hinter der Kamera, ist bemerkenswert. Jede Frage wird in Sekundenschnelle druckreif beantwortet. Subjekt, Prädikat, Objekt, Nebensätze sind zur literarischen Erbauung zugelassen. Für das zwischenmenschliche Gespräch zieht sie zwei kurze Hauptsätze vor. Und sie ist der letzte Rocker in diesem Literaturgeschäft. Die deutsche Antwort auf Keith Richards. Sie trinkt gern, ist schon eine Weile unterwegs, hat das Lachen trotzdem nicht verlernt. Und wenn der liebe Gott eines fernen Tages mal anklopfen sollte, dann wird sie ihm wortreich erklären, dass das jetzt der ungünstigste Augenblick sei, sie habe zu tun. Und vermutlich wird der liebe Gott sich eingeschüchtert zurückziehen. Ich habe ihr neulich einmal berichtet, dass ich gelegentlich Sport treibe. Nein, sagte sie und schaute mich ratlos an. Das käme ihr nie und nimmer in den Sinn. Und sie sagte das so resolut, dass ich für eine Sekunde fürchtete, unser Verhältnis sei jetzt erschüttert. Das hätte ich mir nie verziehen. Ich hätte den Sport sofort eingestellt. Und ich will nur kurz vorlesen, wie Elke zum Anti-Aging, gegen, ja, also was sie tut oder auch nicht tut, gegen das Älterwerden. Und ich habe sie gefragt in dem Gespräch damals. Meine Frage war, Diane Keaton hat über sich selber gesagt, ich musste früh erwachsen werden und wollte dann ewig jung bleiben. Würdest du das über dich auch sagen, liebe Elke? Und Elke Heidenreich antwortet, Hubertus, das ist ein schöner Satz. Ich will nicht jung bleiben, was du schon daran siehst, dass ich älter werde und nichts operieren lasse. Ich war neulich, sagt Elke, auf einem Fest, einem Fernsehfest und habe zu Tode operierte Frauen gesehen. Ich bin dann immer ganz traurig, wenn ich sowas sehe, weil es die Frauen eben nicht schöner macht. Schön macht sie das, was sie lebendig gemacht hat, nämlich lachen und weinen und lieben und Nächte durchtrinken. Wenn man das alles weg macht, dann bleibt ja nichts mehr, es ist ja nur ein weißes Blatt. Sieht ja schrecklich aus. Also ich will gar nicht, sagt sie weiter, ich will gar nicht jung aussehen. Ich bin innerlich jung geblieben. Ich glaube, wenn man sich mit der Welt beschäftigt und Bücher lehren einen das ja auch, sich mit der Welt zu beschäftigen, dann bleibt man ewig jung. Und Ulla Meinecke, die wunderbare Sängerin, hat zum Thema Anti-Aging den schönen Satz gesagt, Anti-Aging, also nicht von mir, das ist von Ulla Meinecke, Anti-Aging ist so intelligent wie eine Katzenklappe auf dem U-Boot. Den Satz mag ich sehr. So, wir haben noch Zeit, den Schluss, den Epilog zu lesen, das Nachwort. Und dann wissen Sie, warum ich dieses Buch gemacht habe und diese Radiosendung gerne mache. Während meiner Schulzeit in Kassel war ich mit großer Begeisterung am dortigen Staatstheater-Statist. Ich liebte diesen Geruch auf der Bühne irgendeine Mischung aus Staub, Schweiß und Feuerbindemittel. Ich liebte die Literatur und ich liebte die Frauen, Balletttänzerinnen aus aller Welt, Opernsängerinnen, Schauspielerinnen. Dieser Mikrokosmos an einer Stadt, die ich damals als sehr klein und einengend empfand, war mein Paradies, eine Insel der Glückseligkeit. Intendant dieses Hauses war in dieser Zeit Peter Löffler, ein Schweizer Weltbürger, ein neugieriger Intellektueller mit Witz und Humor. Er suchte immer wieder das Gespräch mit uns jungen Leuten, denn wir seien ja die Zukunft und wie die Gegenwart ist, das wisse er ja schon. Irgendwann richtete Löffler einmal die Frage an mich, der ich damals vielleicht 16 war oder 17, an mich, was er denn als Intendant besser machen könne. Genauso viele Schauspielerinnen wie Schauspieler zu engagieren, erwiderte ich spontan. Wir waren nämlich aufgefallen, dass das Ensemble aus zwei Dritteln Männern und einem Drittel Frauen bestand, was ich aus mancherlei Hinsicht bedauerlich fand. Löffler, der Intendant Peter Löffler lächelte etwas melancholisch, dann, Meier Burkhardt, hätten die Dramatiker der Vergangenheit und der Gegenwart mehr große Frauen als Männerrollen schreiben müssen. Frauen haben eben leider nicht so viel zu spielen wie Männer in der europäischen Theaterliteratur. Ich war erstaunt, habe sofort im Bühnenjahrbuch nachgesehen. Löffler hatte recht. Alle Bühnen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz beschäftigten deutlich mehr Schauspieler als Schauspielerinnen. Ich versuchte, das zu verstehen, was mir nicht leicht fiel. War ich doch zwischen einer großartigen, facettenreichen Mutter und einer sehr resoluten und zugleich humorvollen Großmutter aufgewachsen? Waren die Bücher meiner Kindheit doch von Enid Pardor von Enid Blyton? Saß ich doch als Kind vor dem Fernseher wegen Margaret Rutherford, die in den Krimis von Agatha Christie brillierte? War doch meine Musik von Janis Joplin und Johnny Mitchell? Bin ich doch ins Kino gegangen wegen Meryl Streep und Jacqueline Bizet und Anna Magnani und Claudia Cardinale? Die spannenden Geschichten stammten doch aus meiner Sicht von Frauen und keineswegs von Männern. Ich fand beispielsweise Simone de Beauvoir auch immer vielschichtiger als Sartre, ihren Freund und ich fand Sony nicht so gut wie Cher und Tina und Klassenbesser als Ike Turner. Und als ich dank eines großartigen Deutschlehrers namens Hermann Balkenhol auf deutsche Dichtung aufmerksam gemacht wurde, dann waren das die Texte von Hilde Dumin und Rose Ausländer und Else Lasker-Schüler und Nelly Sachs, die mich begeisterten und berührten und zugegeben Rilke war ein ganz großer und ein Mann, aber das war für mich die Ausnahme. Jahrzehnte sind seither vergangen. Ich bin Ehemann, Vater und TV-Produzent und was liest meine Frau gerade wie gefesselt oder was las sie als ich das schrieb unter Leuten von Juli C. Was war die erste große literarische Erfahrung meines Sohnes Joanne Key Rowling, also die Frau, die Harry Potter erfunden hat und welcher Film hat mich in den letzten Jahren so umgehauen, dass ich noch eine ganze Weile sprachlos im Kino saß, Toni Erdmann von Maren HD. Mich interessieren eben Frauen mehr als Männer, das bekenne ich und Mayer Burkhards Frauengeschichten tragen dem Rechnung und wenn dieses Buch auch als eine respektvolle Verbeugung in Dankbarkeit vor Frauen verstanden wird, ist es dem Autor recht. Meine Damen und Herren, ich würde mich freuen, Sie ab und zu am Radio zu hören, Mayer Burkhards Frauengeschichten jeden ersten Freitag, jeden ersten Sonntag des Monats auf NDR Info und ich lese aus den Frauengeschichten weiter, im Herbst zum Beispiel in Düsseldorf. Ich freue mich, Sie da zu sehen und bleiben Sie bis dahin gesund. Ihr Hubertus Mayer Burkhardt. Ich freue mich,